Hallo und Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Smash Bros For You mit Zellos, Yassi und BarriQ. BarriQ! Es muss schreiben, sind alles nix. So, die letzten zwei Folgen waren sehr chaotisch, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine ganz entspannte, jeder was er möchte, alles normal, ohne Items, Omega Stages und Turnier-Stage. Ah, das war schön. Ich wollte die Meisterbälle noch eindaten. Ich denke, davon hatten wir genug in der einen Folge. Ich wurde geendet und mit Giratina hat. Giratina hat. Das soll genügen, ja. Okay. Gut. 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 Das ist doch schön. Also wieder Omega Stages. Omega Stages habe ich so verstanden. Smashville und sowas könnt ihr auch machen. Alles klar. Was können wir machen? Stadt und Großstadt, Smashstadt, Battlefield, Stadtfeld, die ganz normalen. Genau. Vernünftigen Stages sind okay. Ja. Und Omega natürlich. Oh, das ist so schön. Zufall Omega. Mal gucken. Boing. Übrigens völlig hinüber von den zwei Folgen gerade. Ich auch. Ich bin total müde. Wie ist das denn? Ach, ihr seid doch nur. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ey, dein Ernst? Männer halten auch echt nix aus. Sei still, weibs Bild. Das stimmt. Ich werde dich töten. Ich habe Möpse, die beschützen mich. Verdammt, nicht bei Roboter. Das stimmt, Roboter. Ist egal, ob Frauen Möpse haben. Das ist richtig. Was? Wieso denn noch Frauen? Außer japanischen Roboter wahrscheinlich. Außer japanischen Roboter. Auch Männer können Möpse haben. Der Rikos findet sie. Ey, wisst ihr was? Ey, ich sprach den Rikos, wie er meine Möpse findet. Und dann sagt er, das ist doch der ekelhafte Viecher. Was? Warum fragst du immer so was? Ey, was gar 80 grad? Das ist doch schon. Das kann nicht wahr sein, ne? Ich sag's euch. Ich hab eine ganze Nacht lang geheult. Echt? Boah. Ja. Könntest dich mal schämen gehen, ja, lieber Rikos? Ist so. Ey, die haben so, die waren so. Voller Felder und voller Sabber, dafür muss ja nur echt nicht sein. Okay. Einfach unfassbar. Ich hab noch nie da so'n schlechten Kommentar von nem Kerl gehört, ey. Sicher, dass das nicht die Euter von der Kuba war, mit der sie ein Selfie gemacht hat? Ne. Oh. Nein, das ist die Kühe. Bist du diejenige, wie sie bei McDonalds ist. Ich hasse den Recover von Peach. Ciao, Leute. Tschüss. Huiiii. Nein, ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Du hast noch ein Leben. Verdammt. Ich bin auch tot. Ich hab noch ein Leben. Oh Gott. Hallo, Village of You. Hallo, wie geht's dir? Village of You. Will ich einen Sack ins kalte Wasser hängen. Ja, das ist... So ist das Leben. Ja, immer. Immer. Irgendwie hab ich gerade eine ganz krasse... Ah, sei denn, sei denn jetzt fängt's an zu lenken. Wow. Dieser. Ja, und wirklich, wie geht's dir so? Ja, während sie sich da kloppen und jetzt... Genau, du dich mal mit dem Villager. Ja, hey, Villager, was geht ab? Wer hat denn hier so'ne Bambusleitung? Wie meine ich? Kann's nicht sein. Na ja, auch nicht. Ich hab' eine Vermutung, aber ich trau' euch nicht, sie zu sagen. Achso. So, so, ist das so. Du stell' dich vermutet mir aus. Der Roboter ist ein klein. Was? Was? Aber es ist okay. Mach eigentlich immer nur das Gleiche und ihr seid irgendwie... Oh, scheiße. Rico ist... Na ja, lebt noch. Verdammt. Der hat doch zwei Leben. Der hat noch zwei Leben, ey. Ja, dann greifen wir ihn mal an. Du hättest das Maul nicht so aufsperren sollen. Oh, nice. Du hättest das Maul nicht so aufsperren sollen. Doch, auf jeden Fall. Boah, versteh. Roboter fühlen keine Schmerzen. Und kein Selbstbewusstsein, denn wir töten einfach nur ohne... und ist immer verstanden. Weil unsere Programmierung das vorgibt. Ernst? Alter, diese Lacks ist... Nein, das leckt noch mal. Diese Lacks, diese Lacks, ne? Das ist furchtbar. Das kann man gar nicht kennen. Ich hab' da mal einen schönen Witz gelesen. Wer als letztes lacht, der leckt. Aber das Wichtige ist, Villager geht es gut. Das ist doch schön. Jetzt bin ich tot. Mir geht's nicht. Ach, ich bin ja noch nicht tot. Barry fängt echt an, gut zu spielen. Er redet sich sogar noch in Situationen, wo er sonst einfach nur gedacht hätte... Das ist aber nur Zufall. Ja, mir geht's auch ganz gut, Villager. Ich hab' immer mal wieder Smash hier. Ich freu' mich auf das Kirby im März. So schön. So schön sieht's aus. Oh, da kommt der Hünderanz. Oh, da kommt der Hünderanz. Ich bin schon aus dem Spiel raus, deshalb bin ich so schön. Ach, ich bin auch tot. Jetzt kann ich auch mal erzählen, mir geht's auch ganz gut. Ey, was geht ab? Ich freu' mich auf das Mario Tennis tatsächlich. Und auf das Spiel Vampire freu' ich mich auch sehr. Und auf Nino Pony 2. Wann kommt's eigentlich raus, wenn du Pony? Hab' mal gelesen, im März. Deswegen hol' ich mir... Oh Gott! ...dink's wahrscheinlich nicht. Oh, was war das denn? Also, da kann man drauf springen müssen. Also, kann ich mir ab März doch ein Gewerbe anmelden und mach' vor Vollzeit Let's Plays oder was? Könntest du machen. Ja, weil jetzt kommen so viele Spiele raus. Ruhigbar. Zellers, du hast die Items schon aus, ne? Ich hatte die Items schon aus. Wird darauf hinauslaufen, dass ich diese Runde nicht letzter werde und dann in drei Wochen haben wir die Items an. Sehr gut. Das stimmt, das kann passieren. So, dann ist es aber okay. Villager, you wünschst dich etwas. Ja, was denn? Oh, ob ich jetzt auf Japanisch auch sprechen kann seinen Namen. Moment, da muss ich erstmal ein bisschen räuspern. Luchurio des... Ne. Ach Gott, das geht aber voll in den Hals. So, ne. Luchurio im Hals. Hast du dir auch Schlitzaugen dabei gezogen, sonst wirkt das nicht so. Natürlich. Absolut. Und jetzt die Ulti von Hanzo einmal bitte. Yuuugawa Tsukyuku. Was? Das geht jetzt so. Das geht aber voll in den Hals. Ey, das geht voll in den Hals. Schon schlimm. Von Overwatch von einem Helden. So. Den Xeroos gerne spielt. Ich hasse ihn eigentlich. Der Quatsch hat seinen Ult, seinen Spezialangriff auf Japanisch raus. Ja. Ja. Das habe ich jetzt vorgetragen, ja. Ja. Alles klar, alles klar. Do it. Ich bin jetzt Dedede. Dedede. Ich bin Ratatam. Ratatam? Ah, Ratatam. Ja. Der heißt Ratatam. Ich habe eine Petition gestartet, dass er unbenannt wird. Ja. Die hatten null Unterschriften. Ratatam. Ratatam. Ne, ich würde es ja selber auch verheißen, deswegen habe ich ihn nicht unterschrieben. Aber die Petition ist gestartet. Das ist die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr den Anime kennt zu Kirby. Oh, der scheiß kleine Kind mobt mich. Unfassbar. Weil zu Kirby gab es einen Cartoon oder ein Anime oder wie man auch immer das nennen soll. Habt ihr den gesehen? Nein. Aber du bist der Einzige auf der ganzen Welt, der ihn gesehen hat. Mich interessiert halt sowas. Da hatte der Meta Knight in der englischen Syncone einen spanischen Akzent und immer so eine spanische Gitarre im Hintergrund. Und dann stelle ich mir das jetzt so als Szene vor, wenn er sich da so vorstellt. Mein Name ist Ratatam. Und dabei kommt die spanische Musik im Hintergrund. Und so ein Schrober. Ratatam. Ja, und spanische Musik im Hintergrund, so mit der Gitarre. Wusstet ihr, dass Mario auf dem N64 eine deutsche Zeile hat? Bei Mario Party 2 und bei Mario 64? So ein Mist. Ja, genau. So ein Mist. Und die Engländer meinen natürlich, das wäre... So ein Mist. Aber wir wissen alle ganz genau, dass es so ein Mist heißt. Finde es witzig, dass Rikos das weiß. Das finde ich sehr gut. Kannst du was weiß? Dass du das weißt. Was denn? Mit... Wie heißt der? Dicken. Mario. 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 So ein Mist. So ein Mist. Das gab es doch auf dem N64 fast jeden Spiel, oder? Ja, wunderschön. Also ich kenne es nur von Mario Party 2. Das habe ich ja tatsächlich aufgenommen, aber dann war es so frustrierend. Ich hätte es so verfehlt, dass ich die Aufnahme abgebrochen habe. Okay. Und dann habe ich gesagt, nö, ich spiele jetzt was anderes. Ja, mit die Neck. Ah, da kommt Ratatam. Der König des Ratatams. Ich bin Ratatam. Von Planet Dreamland. Für Ratatam. Mit, mit... Mit spanischen Gitarre im Intergrund. Weil Ratata ist ja Ratgratz, ne? Aber uJuJuJuJuH! Ja, Ratata! Das ist nach ihm benannt. Ratata, ja ja, auch. Die haben sich nicht getraut, das Ratatam zu nennen, weil die wussten, irgendwann nennen wir Metanyte noch um. Ah! Bei mir gibt es also keinen Sinn mehr. Ja, es gibt keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn. Hm. Ich ratatam. Oh, das war's. Nein. Fuck. Cellos, hey. Da haben Meta Knight, in einem Comic übrigens, in einem Anime, haben Meta Knight und Dedede so ein bisschen Vergangenheit, weil Dedede anscheinend das Leben gerettet hat von Meta Knight und dadurch, dass es ein Diener geworden hat. Ja. Alter, Cellos, wo du grad hier DDD spielst, wenn ich online gegen DDD spiele, ist immer Lukas mein Pick. Ja, der ist einfach gut. Der ist ein Selbstläufer, ja. Und ich kann den sowieso nicht. Sonst hab ich Schwierigkeiten gegen DDD, weil der immer mit seinen Gordos so rumballert. Sau. Ja, ja, die Dinger, die wir hatten. Barry, Items ausstellen bitte. Ich hab nicht verloren. Nicht? Nein, ich verliere nicht. Du hast verloren, oder? Nein. Oder war's Yassi? Yassi hat verloren. Ja, ich hab verloren. Ach, Yassi. Items aus, bitte. Ich hab Zufall genommen, dann hab ich Captain Falcon genommen. Und als ob ich mit Captain Falcon... Das ist doch ein Zufall-Pick? Ein Zufall-Pick? Ja, ich mag den nicht. Denkst du, ich will den gewinnen sehen? Mach jetzt auch mal Zufall, dann verliere ich, dann kann ich die Items ausstellen, sonst vergessen wir das für in drei Wochen. Ah, so funktioniert das. Ja. Das heißt, wenn wir das vergessen, das wäre deine Belohnung dafür, dass du heute nicht verloren hast. Genau. Verdammt. So hab ich's noch gar nicht gesehen. Ja. Er ist immer Zweiter oder Dritter, nie Letzter. Nie Letzter. Ja. Respektabel, dieser Barry von Straff. Von Straff. Von Straff. Der Straff steht für Bestrafung. Mit B natürlich. Ja. Da steht der Barry drauf, ne? Ja, geht so. Ja. Du musst nur die richtige Strafe auswählen. Ja. Kann ich irgendwie auf die... Bei Barry wäre das... Brokkoli essen. Ja, oder Brokkoli essen und Sauerkraut essen. Oder bei Takeshi's Castle mitmachen. Boah, Sauerkraut ist so geil, Leute. Ja, Sauerkraut ist echt geil. Ich sag dir, es gibt nichts Geileres als geilen, das ist... Ihr esst Sauerkraut? Sauerkraut? Ja, das ist typisch Späuble. Boah, jetzt muss ich uns töten. Und danach, danach so richtig schön ausgiebig kacken gehen. Oh, es gibt nichts Geileres. Kann leider nicht mehr montags mit euch aufnehmen, weil ihr Morkoli und Sauerkraut ist. Ihr seid wesentlich. Sauerkraut, okay, aber nicht mit Sauerkraut. Also diese ganzen perversen Sprüche zwisch durch, die kann ich ja ertragen. Das ist aber... Wenn man das mit Sauerkraut essen, das finde ich wirklich eklig. Also ganz ehrlich, das kann ich nicht... Was? Das verstehe ich nicht. Wie kann man Sauerkraut essen? Sauerkraut ist... Du musst es nur... Boah, es ist lecker. Es ist einfach geil. Sauerkraut schmeckt wie warme Pisse. Und wenn man es kalt isst, wie kalt ist. Ja, und? Wenn du dazu doch Bayer trinkst... Kann man Sauerkraut essen? Ich verstehe es. Mit dem Mund. Boah, alles... Mit dem Mund tatsächlich. Alter. Boah. Ja, kommt mir schlecht. Innerlich. Und äußerlich. Und zwischendrin auch. Ich hätte dich damit treffen sollen. Aber Brokkoli esst ihr nicht alle, oder? Ne, Brokkoli esse ich nicht. Da bin ich ein bisschen beruhig. Da bin ich ein bisschen beruhig. Hab ich gestern... Vorgestern hast du gegessen? Ne, gestern hab ich nicht gegessen. Ich würde sogar lieber Magen essen als Brokkoli. Boah, du bist so ekelhaft. Ganz ehrlich. Ich stehe es mit Rosenkohl, Leute. Ganz ehrlich. Oh, ich liebe Rosenkohl. Also Barry, ich glaube vor deiner Hochzeit müssen wir über das Catering sprechen. Ja, also da müssen wir... Nochmal ganz... Ganz harte Worte sprechen. Das geht so nicht. Wieso? Es gibt ja keine Maden, die ich esse. Es gibt aber auch kein Sauerkraut. Sonst müsste ich auch Maden servieren. Damit ich aus Prinzip Maden esse, wenn jemand... Maden? Ja, wenn jemand Sauerkraut esse... Ja, wenn jemand Sauerkraut esse... Das ist ja nichts. Stimmt doch mal. Ja! Ja, Mann, Alter. Scheiße, ich war ja gekisst. Giss... Giss, weiß auch was oder was. Gumm, ihr Kollege. Das war ein besserer Sniper, Junge. Baaah! Essen kann sich nicht Sauerkraut. Also das... Also ich würde mich nicht mehr wundern, was ihr alles für perverse Sachen hier immer erzählt. Aber ihr esst Sauerkraut, das ist... Kann ich nicht verstehen. So, Zellers. So. Ist klar, ist klar. Die Peach hat das widerlich. Bin nur rumgehüpft, damit ich nicht letzter werde, dass ich die Eitel zu stellen muss. Nein! Ich hoffe, du gewinnst. Nein! Ich hoffe auch, dass du hast ein Gewinn. Ich auch. Reicht? Ich habe eh keine Chance. Ihr macht dein Kleid schmutzig. Das nennt du Kleid oder nicht putzlappen? Ihr seid so Schmutzwinkel. Gebt weg! Das war teuer! Geht euch, ich weiß nicht, was ich... Das ist doch schon seit 30 Jahren und das Kleid ist tatsächlich noch nicht. Das ist ein majestätisches Kleid, ja genau. Und es hat 30 Jahre gehalten und es hat noch nicht einen kleinen Fleck. Glaube ich nicht. Aber wenn Mario nie rankommt, dann hat das ja auch ein Pech. Noch nicht mal ein Schweißfleck oder so. Oh! Das war nicht so eklig wie Sauerkraut. Das ist... Oh! Geil! Wenn man so einen richtigen Sauerkraut-Fetisch hat, zack! Oh! Oh! Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ihr von Sauerkraut redet. Das ist aber zu wichtig. Ohne Spaß! Kann man Sauerkraut! Sauerkraut und dann von hinten! Du weißt schon! Oh! Mmh! Du weißt schon was! Ja, ja! Huiii! Da fliegt der direkt raus! Barry, weißt du denn, was ich noch mit dem Katerer besprochen habe? Ja, hoffentlich kein Sauerkraut. Und Borkosi. Da gibt es nur Döner. Das weiß ich schon. Ich habe nicht mehr abgesprochen. Auaa! Auaa! Hey! Ui! Warum machst du sowas? Ich hau nicht! Ich muss mein Kleid verteidigen! Du ist... Kleid ist wahrscheinlich aus Metall oder wo? Au! Au! Au nein! Was? Sie lebt? Sie lebt! Das ist die Macht meines Kleids! Lacht des Sauerkrauts wahrscheinlich! Und des Sauerkrauts! Das Sauerkrauts! Das Sauerkraut-Kleid! Das stimmt! Oder lässt... Es ist aus Sauerkraut gemacht! Genau! Ui! 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 Junge! Power Shield hier! Ui! 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 Jetzt stimmt noch mal Eider! Nein! Der Verlierer muss Sauerkraut essen! Nein! Oh nein! Ui! Wieder dich! Die größte Strafe auf der Welt! Zum Glück bin ich schon tot! Au! Sieß! Zum Glück zählt nicht mehr für mich die Wette! Ja! Hatscha! Nein! Hatscha! Nein! Hatscha! Hatscha! Hatscha wäre jetzt... Ach! Mann! Ei! Jassi, jetzt musst du auch mal Sauerkraut essen! Kein Problem! Aber es ist Abend! Die blufft nur! Die isst jetzt Sauerkraut! Hey! Aber abends doch nicht, wenn man ins Bett geht! Dann kommt der Darm ja nicht zur Ruhe! Es ist wie ein Erdbeer an dem Bett, wisst ihr? Ne! Das ist halt der Gedanke dabei! Ui! Ui! Ne! Zum Frühstück! Das ist cool! Achso! Ja! Mit Milch wahrscheinlich, oder? Ja, ja! Und Kaffee! Ah! Das wird ja immer ekliger! Da kommt der Körper gleich mal auf Touren, ne? Genau! Hm! Da musst du aber ein bisschen... Ich denke fast, das ist die letzte Runde! Okay! Mach mal noch ein dinges Spiegelei dabei! Oh! Spiegelei bin ich dabei! Spiegelei mit weg! Also mit Spinat wäre ich sogar akzeptieren! Oh! Spiegelei! Oh! Mit Spinat! Oh! Geil! Spinat ist geil! Aber Sauerkraut ist schon pervers! Ne! Ne! Komm! Hast du keinen Geschmack? Ne! Hab ich nicht! Ich mag Sauerkraut auch nicht! Du hast doch keinen Geschmack! Du bist geschmacklos! Wenigstens einer! Zähle aus! Das ist wenigstens nicht pervers, dass ich das noch sage! Ja, das ist gut! Unglaublich, dass der Tag noch kommt! Das ist wirklich ein bisschen merkwürdig! Ja! Ich hab auch noch nie Erdnussbutter probiert! Oh! Schmeiß lecker! Das hab ich einmal gegessen und nie wieder! Ich hab heute Erdnussbutterkeksi gegessen! Das schmeckt so wie... Ja, wie kann man... Wie diese Flips... Einzigste, was ich damals probiert hab, war bei einem Chinesen... So Buffet-mäßig, da gab's so Erdnuss-Soße! Oh lecker! Das hab ich mal ausprobiert! Lecker! War richtig geil! Ne, das würde ich auch nicht essen! War zu Fisch, war es okay! Und nicht nur mit Sauerkraut! Mit Erdnussbutter! Boah! Boah! Klingt gut! Bin super dabei! Klingt, äh, 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 reichhaltig an Nährstoffen! Würde ich lieber mahnen jetzt! Nutella mit, äh... Mit Gürkchen ist cool! Mit so... Ach komm! Gasgürkchen! Und ich will dich eigentlich runter... Das ist meine Medizin, ihr Sauerkraut! Esser! Nochmal! Ja, komm doch her! Komm doch her! Erstmal bin ich mit dem Vox beschäftigt! Moment! Nein! Vox ist schnell! Nein! Dich, 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 dich! Hier jeder Vox zu Anfang immer rumballern, ne? Normal! Ja, das stimmt! Wui! Direkt am Anfang so, dich, dich, dich! Ach! Ich kann das auch nicht so schnell, aber ich kann das auch! Was schießt ihr denn so viel? Das ist denn nervig! Was sagst du gerade? Dich, 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 dich! Dich, 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 dich! Dich, dich, dich! Ich nehme mein Pamperter! Nimm dies, dies Sauerkraut! Nimm dieses Sauerkraut! Mein Beef Shield mache ich, Junge! Nein! Mein Beef Shield! Mein Beef Shield! Au! Yeah, ich bin nicht gestorben! Doch nicht! Können wir endern! Oh verdammt! Nein, vergiss es! Hört ja eigentlich alles aus dem Osten! Nö! Nö, ich bin aus dem Südwest! Geredet so! Komm aus deiner Nähe! Tatsächlich! Meiner Nähe! Relativ! 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 Woher! Hast du Bock vor einen trinken zu gehen? Oh! Wobei ich weiß gar nicht, wie weit Westerwald von hier weg ist, aber weit kann das nicht sein! Eine Stunde vielleicht! Wenn überhaupt! Oh cool, lass mal einen saufen! Ich würde sagen so anderthalb Stunden! Hilfe! Mach mal einen YouTuber-Treff! Mit Sauerkraut! Das ist aber pervers! Hier mit Sauerkraut! Ich bin tot! Kannste doch nicht machen! Das ist pervers! Ich bin nicht letzter! Ja! Da geht das! Ah! Dazu ein paar Würfelspielchen und dann geht das! Achso! Jo! Müsst bestimmt auch so eine, die Fasching feiert! Oder auch nicht! Hab ich letztes Jahr gemacht! Hab ich dieses Jahr keine Lust mehr zu! Hey! Warum kann ich mich nicht bewegen beim Bücken? Immer erst Rundenkampf machen! Du dürft immer nur nacheinander angreifen! Verteilung nach Reifen und Magie! Und Items! Oh! Sauerkrautlikör! Boah! Boah! Ja, okay! Zum Glück bin ich schon tot! Sauerkrautlikör wäre ganz schön eklig! Ah! Was mal machen! Huch! Huch! So erfinden und so! Huch! 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 Ich bin der Etoot! Ich guck mal wie weit das weg ist! Nein, nein, nein! Hui! Was? Guck mal wie weit das weg ist! Was? Westerwald! Was? Hast du gar nicht gesehen? Weit kann das eigentlich nicht weg sein! Nein, hab ich nicht gesehen! Ui! Rheinland-Pfalz! Ja, okay! Aber es geht trotzdem weit! Kann man doch machen! Lol! Kann man machen, ne? Kann man mal machen! Gucken wir mal von der schönsten Stadt der Welt nach Westerwald! Ja, klar! 40 Stunden? Ne, nicht den Fuß! Geh weg! Fuß! 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 Was? Ich dachte! Was? Drei Stunden! Ey, dafür hab ich mich gut gehalten! Ich hab ne Weile sogar recht gut seinen Konter gekontert! Das ist doch ein bisschen weit! Ja, seinen Konter gekontert! Ich dachte, wir müssen nochmal für den Eher! Na gut, Leute! Ich möchte euch mal kurz unterbrechen bei eurer Verabredung! Bei eurem Date! Heute gibt's keinen Sauerkraut mehr! Wir wollen nur ein Beer trinken, wenn überhaupt! Schaut bei den Sauerkraut-Fans vorbei und bis zum nächsten Mal! Macht's gut! Das war Jassi! Ja, tschüss! Bäh! Bäh!